Also das ist jetzt der Sommer in Österreich. Und es ist so schön da. Das Wetter ist so schön wie in Brasilien. Es ist jetzt so schön da ist dieser Sommer da in Österreich. Das geht's nicht. Wieso geht's nicht? Weil ich weiß, dass es geflügt wird, dann geht's nicht mehr. Dann geht's nicht mehr weiter. Also ja, dass es so schön ist, dass es so schön ist. Das ist ganz schön das Wetter, wenn sie kommen. Das ist auch so schön. Sie können nicht die letzte Skifahren gehen nachher. Ja, das ist schön. Ich denke, wir können nicht Skifahren. Hier spricht der Wiener. Viva Brasil! 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 Brasil!